Ich und der Konrad sind heute besonders artig. Deswegen habe ich dem Konrad mal zu Liebe, weil der ist ja hier mal recht angebunden hier an der Stelle. Habe ich dem auch mal eine Maske gegeben, bevor der noch durch die ganzen Aerosole auch noch krank wird. Reisen bedeutet für mich Punkt, 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 grenzenlose Freiheit.